Hallo, ihr Lieben! Willkommen zurück! So, wir wollten ans Elefantengehege. Ich würde ganz gerne hier vielleicht noch ein paar Bäume zwischenstellen. Können wir mal eben drehen. Dann nochmal gucken. Da liegt noch was rum. Kann das deswegen sein, dass ich das nicht ebnen konnte? Aber alles andere ist doch runtergefallen immer. Na gut. So, die sind erstmal weitestgehend zufriedener. Was machen wir dann noch an Bäume hin? Irgendwas etwas Größeres, aber nicht zu groß? Das ist zu klein. Ne, eine Palme passt da nicht hin. Nehmen wir hier unsere... Ne? Die da finde ich gut. So, okay. Dann können wir jetzt Elefanten kaufen. Wir müssen mal gucken. Wir verdienen echt nicht viel Geld, ne? Was ist hier los? Warum bewegt ihr euch nicht? Warum ist denn das hier auf Pause? Ähm, ich würde mich gerne paaren. Das Wetter gefällt mir nicht. Ja. Ähm, oje, habt ihr viel Nachwuchs? Das ist ja übel viel. Was ist eigentlich bei den Kaninchen? Die sind eigentlich ganz happy, so wie sie sind, ne? Genau. So, ähm, Preis 100. Mhm. Preis erhöhen. Wir machen mal auf 105 erstmal. Und wir können mal Marketing machen. Ähm, Regionalsendung TV. Kostet uns 4000. Machen wir. So, ähm, das zu. Und dann schauen wir nochmal nach unseren Elefanten. Was ist denn hier? Gibt's was zu trinken? Aussicht und Hunger. Okay. Kümmern wir uns gleich alles drum. Erstmal sind jetzt die Elefanten dran. Elefanten haben wir gesagt. Na, dieses Grollen. Da muss ich unbedingt dran denken, das mal auszuschalten, wenn es geht. Elefanten. 15.000 kosten die. Wow. Ähm. Ein Elefant. Und was haben wir dann noch? Ein männliches. Jawohl. So, was braucht ihr denn? Grünfutter, Kratzen, Schlamm. Okay. Grünfutter. Auf jeden Fall sowas hohes stellen wir den hier hin. Ne? Und, ähm, da vorne noch. Ah, ne, Box. Dann Wasser. Kommt da mit hin. Kratzen kriegt ihr auch. Und zwar hier. Dann im Schlamm suhlen. Nein, nein, Schlamm. Kriegt ihr da. Ja. Ja. Ich muss aufpassen, dass ihr nicht an die Bäume kommt. Schon zu spät. Schon passiert. Ähm. Da muss ich dann nochmal ganz aufpassen hier. Hier. Ja. Okay. So, geht's dem besser. Was braucht ihr noch? Ihr Dickhäuter? Kratzen. Kratzen. Ich vermisse meinen Gefährten. Dann müssen wir gleich mal gucken, welche Herdengröße die haben müssen. Ähm. Gebt mir mal Info. Nicht soziales. Da. Herdengröße 3 bis 15. Das heißt, wir kaufen noch ein Mädchen dazu. Ähm. Wo ist sie? Zack, zack, zack. Irgendwo da hatten wir doch die... Wir haben ganz schön viele Tierarten hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle unterkriegen. So viel Platz haben wir ja gar nicht. So. Ähm. Ne. Wir brauchen eine Kuh, bitte. So. Es sieht hier so kahl aus. Ich will mich an was kratzen. Was kratzen haben wir da. Können wir aber auch nochmal, ähm, da reinlegen. Einen Unterstand fände ich jetzt nicht schlecht. Großer Unterstand. Oh, der ist ja, der ist ja cool. Ja, den will ich. Der ist ja sowas von cool. Das ist das hier. Ist auch ein großer Unterstand. Der ist auch nett. Also richtig Themen-Dinger machen könnte man hier. Ja, das ist voll edel, das Ding. Was haben wir denn da? Ne. Das ist ein Haus. Das ist zu klein. Zu klein. Zu klein. Das ist schon ein Elefanten-Ding hier. Komm, wir nehmen den hier. Stellen den da hin. Dann nehmen wir Bäume, und zwar große Bäume. Hier könnte man ja, ähm, themenmäßig einen Affenbrotbaum oder sowas nehmen. Genau. Ne, der passt hier ganz gut hin. Den versorgen wir gleich noch, dass es dem gut geht. Dann die Hirsch-Irgendwas-Dings auch hierher. Was ist denn das? Eine italienische Steinpinie. Ne, die hat da dann irgendwie nichts gesucht. Eine Zeder. Ein Joshua-Baum. Cool. Was ist denn das? Eine Pinie. Das ist ja auch ein cooler Baum. Der sieht ja mal genial aus. Graupappel. Australische irgendwas. Okay. Ich brauch was Großes. Was wirklich Großes. Der ist zu klein. Zu klein. Äh, zu klein. Zu klein. Auch zu klein. Hallo? Gibt's ja nichts Großes? So richtig, richtig groß. Was ist denn das? Elefantenfußpalme. Die ist ja auch cool. Königspalme. Die sind alle so klein. Der ist groß genug. Was bist du denn? Und der passt auch hier hinter. Ist dir gefällt oder nicht? Du musst jetzt hier hin. So. Was fehlt dir? Boden ist zu weich. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Da drin sind wir schon sowas von geübt. Ach, falscher Boden. Ach, falscher Boden. Ah, da sag ich noch, wir sind geübt und dann sowas. Okay. Ah, da können eigentlich noch ein paar Bäume hin. Ähm. Nähe. 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 Ach, irgendwas Robusteres. Da können wir den noch hinstellen. Was war das denn, was wir jetzt da hinten haben? Das war doch irgendwo hier ganz hinten. War das nicht der hier? Ja. Gut, okay. Ähm. Wer fühlt sich nicht wohl? Du fühlst dich nicht wohl. Mir ist der Boden zu weich. Ja. Kein Problem. So. Was ist dir zu weich? Auch der Boden. Und dir ist auch der Boden zu weich. Mhm. Und was noch? Mir geht's prima. Das ist schön. Gut, okay. Jetzt haben wir hier Grünzeugs drin. Wir haben einen Unterstand. Aber den Elefanten passt irgendwas nicht. Ähm. Schwimmen. Schwimmen auch noch. Ähm. Okay. Elefanten wollen auch noch schwimmen. Dann machen wir das hier am Schlammloch. Machen wir auch ein Wasserloch hin. Ähm. Dann tun wir das Ganze so ein bisschen esmusen. Ne? Und da stellen wir jetzt ein Dings rein. Ich hoffe, dass es tief genug ist. Das werden wir gleich mal sehen. Sonst läuft das Ding halt über. Ah. Es passt doch. Äh. Ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Du kannst schwimmen gehen. Obwohl. Moment. Das läuft immer weiter. Das läuft immer weiter. Hallo. Das Ganze gehe gleich unter Wasser. Okay. Das war dann vielleicht doch nicht so gut. Okay. Etwas tiefer noch. Und dann smoothen. Ach. Guckt mal. So können wir das machen. Dass das Ding, ähm, da stehen bleiben kann. Und dann eben auch so hoch ist, wie wir es haben wollen. Das ist doch ganz gut. Ja. Cool. Okay. So passt's. Ähm. Hallo. Schwimmen ist auch gegeben. Da, guck mal. Schmeiß dich da mal rein. Ja, okay. Schwimmen vielleicht nicht. Dafür ist das vielleicht ein bisschen flach. Zu flach zum Schwimmen? Ja. Na gut. Machen wir es tiefer. Machen wir es tief. Ich meine damit richtig tief. So, jetzt brauchen wir mehr Schlamm wieder. Weil das wird natürlich hier nicht reichen. Aber ich finde so den Schlamm so umzu ganz nett hier. Um, äh, das Ding hier umzu... Zack. Da ist Schlamm. Da könnt ihr euch dann suhlen und so. Was? Mir geht's prima. Und du? Ich würde jetzt gerne etwas schwimmen. Zack. Reingefallen und, äh, schwimmt. Und zufrieden. Okay. Alles klar. Ja. Das Ding verkaufen wir mal. Da holen wir ein neues. Ähm. Herr Werther, Herr Werther, hier ist Kacke. Ach, da gibt's kein Tor. Natürlich kann da kein Werther hinkommen, wenn's da kein Tor gibt, ne? Zack. Da habt ihr ein Tor. Los, Kacke wegmachen. Ähm. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Spielzeug. Weil Elefanten müssen sich ja ein wenig beschäftigen können. Ähm. Das ist eine Hangelstange. Die brauchen wir nicht. Wir haben hier eine Glocke. Das ist, äh, auch nichts für Elefanten. Boxgerät. Das ist was für Elefanten. Euch gefällt das Wetter nicht? Ja. Okay. Das ist okay. Das ist auch leer hier. Da kommt auch kein Pfleger. Und das ist alles für Pferde hier. Die Glocke und das Boxding eigentlich auch. Was haben wir denn hier noch? Sonst haben wir nichts. Also für Elefanten zum Spielen gibt es sonst eigentlich nichts. Okay, dann, ähm, lassen wir das erstmal. Und, ähm, ich würde sagen, das Gehege ist dann auch erstmal so, wie es ist. Ganz okay. Hier sind wir voll schief geworden. Ähm, Tierpfleger. Tierpfleger, Tierpfleger, Tierpfleger. Ihr müsst doch hierher kommen. Gleich mal gucken, wo ihr seid. So. Und da machen wir jetzt noch einen Ausguck für die, ähm, Leute hin. Gut, ähm, Tierspendenkasse, ne? Die packen wir doch auch mal hier hin. Und da kann noch eine Bank hin. Oder auch. Und ein Mülleimer darf natürlich nicht fehlen. So, dann machen wir den Weg hier etwas breiter. Gut, super. Dann, äh, können wir nochmal schauen. Tierpfleger. Wo haben wir unseren Tierpfleger? Der reicht jetzt nicht zu den Elefanten? Doch. Ach, das ist ein bisschen Gärtner. Du bist gar kein Pfleger. Handwerker, Gärtner. Jetzt haben wir hier zwei Gärtner stehen. In den kürzesten Abständen. Das ist irgendwie, äh, blöd. So, der Gärtner ist bis hier vorne hin. Dann nehmen wir den Gärtner und packen den erst mal, ähm, ähm, äh, äh, warum kann ich dich jetzt nicht noch weiter von deinem Gebäude... Ah, das geht nicht echt nicht. Oh, das ist ja, das ist ja ein bisschen doof. Okay, ja, dann haben wir das, ähm... Müssen wir nochmal einbauen, das macht ja nichts. Also, wir brauchen jetzt erstmal nur einen Tierpfleger. Einen, der sich auch um die Elefanten kümmert. Ähm, ich will den aber eigentlich ungerne jetzt da noch... Ähm, du gehst bitte dann in diese Richtung mit. Und dann bauen wir noch einen. Und der geht dann einfach in die andere Richtung. Ich glaube, das sollte dann erstmal okay sein und so ziemlich alles abdecken. Das ist ein Gärtner, wir brauchen immer noch den Tierpfleger. Stellen wir jetzt einfach hier nochmal hin. Das müssen wir halt immer, immer mal wieder dann die Tierpfleger hier hinstellen. So, okay, alles klar. Der kümmert sich jetzt aber auch hier um die Elefanten. Wahrscheinlich muss man einfach nur die Tore erreichen oder so mit den Tierpflegern. Na gut, okay. Ich würde jetzt erstmal den Part beenden. Und, ähm, ja, im nächsten schauen wir dann mal, was wir hier noch so machen. Also, bis denn. Ciao, ciao.